Willkommen bei CSR Automotive. Heute ein alter Freund, der Adam, mit seinem Ferry da und was wir mit dem vorhaben, also beziehungsweise mit dem Ferry oder mit dem Adam oder wie auch immer, das zeigen wir euch nach dem Intro. Ach, da vorne ist ja auch ein kleines Pferdchen. Das ist ja immer cool. Hast du das, hast du das deine Tochter hingeklebt, oder? Ja. Sau cooles Auto. Gib mal kurz die Facts. Wie viel PS haben wir? Vier Liter V8 Biturbo, 720 PS. Geht was, oder? Ja, schon sportlich. Genau, und was wir da jetzt machen wollen, ist unseren kleinen zweiteiligen Heckflügel drauf machen und vorher fahren wir aber mal 100, 200 und anschließend mal mit Flügel 100, 200. Ich bin echt gespannt, ob das die 720 PS überhaupt irgendwie tankiert. Werden wir dann sehen. Ist die Karre vollgetankt? Nein, etwas weniger, damit wir eine gute Zeit fahren. Prima, ich bin gespannt, das schauen wir uns dann gleich an. Brandy, du fährst mit ihm aus der Lebensversicherung vorher abgeschlossen? Ja. Passt. Also, dann geht's los. Ja, und dann haben wir hier die Race Logic, ich glaube der aktuellsten Generation, schon irgendwie zwei oder so, also mit 5000 Satelliten und insofern die russischen noch funken, dann noch einer mehr. Und das bappen wir uns jetzt da mal rein. Gibt es eigentlich auch den Sitzen deiner Größe, Adam? Ja, du hast ja doch einen recht guten Oberschenkel. Das ist alles für kleine italienische Männer ausgelegt. Ich wollte es gerade sagen. Kopffreiheit auch noch gegeben. Ich kannte das beim Lambo, dass du immer hier oben aus dem Grünkeil rausgeguckt hast bei 1,80 Meter. Ja. Ich meine, Brandy, du musst glaube ich den Kopf einziehen, wenn du da mitfährst, oder? Du musst erst mal draufdrücken und dann ist da so ein Verriegelungshaken noch. Genau, den musst du dann nach unten drücken. Ja, aber wie habt ihr das dann gemacht? So, oder was? So? Warte mal, ich komm mal rüber. Warte mal, dann musst du es anders machen. Ja, genau. So, und jetzt, pass auf. So, und jetzt mach den Haken. Ah, jetzt. Warte. Jetzt, ja, jetzt halte ich es dir gleich. Wunderbar. Wie viele Kilometer haben wir auf der Uhr von dem Auto? Etwas über 1.000. Nagelneu. Darf man den schon richtig? Also, ich bin schon ein paar Mal im Begrenzer gewesen. Na dann. Also, Brandy, hop rein mit dir. Schauen wir mal, was er bringt. Sechs Sekunden. Und glatt. Krass. Mit 70 Kilo zusätzlich. Ja. Das heißt, wir sind, das ist ungefähr eine Sekunde. Wir sind sogar 80 Kilo. 5,65 Kilo. Wir korrigieren jetzt dann noch den Reifendruck. Und dann schauen wir mal, wie es ist. Und wir haben noch ein bisschen bessere Wert. Jo. So. 5,4 Kilo. Ja, das macht es ganz normal. Jetzt wird immer besser. 5,47 Kilo. So. Da seid ihr ja wieder. Ja. Und, hat es geklappt? Ja. Was haben wir für Zeit? Die schnellste 5,47 Kilo. Ist jetzt natürlich nicht so der Brille, aber er wiegt ja auch 80 Kilo. Der Brandy. Ja. Und ich bin ja auch nicht der leichteste mit knapp 100. Brandy, ich dachte, du warst vorher auf dem Klo. Aber wir haben 13 Grad Außentemperatur. Der Asphalt ist kalt. Ja, da bist du ja eingeregelt. Da bist du ja Traktionsprobleme ein bisschen tatsächlich. Aber ja, 5,47 Kilo für 180 Kilo Zusatzgewicht, das ist schon okay. Ich denke auch. Jetzt bauen wir das Ding dran. Bei allem uns am besten, damit die Begebenheiten bleiben. Und dann probieren wir das Ganze nochmal aus. So, ein großes Aufgebot. Jetzt Spoiler. Ich habe schon mal hier mit einem Reiniger mal schnell grob drüber. Einer von euch geht dann nochmal kurz mit dem Reinigungstuch drüber. Und ansonsten hast du ja uns ein relativ sauberes Auto zur Verfügung gestellt. Na, aber schaut super aus. Also wirklich. Gefällt mir gut. Gut. Auch mit der Ausbuchtung da in der Mitte. Ich meine, das mussten wir eh machen. Aber kommt. Kommt gut. Machen wir mal einen Soundcheck. Bin ich gespannt. Pass auf. Ich mache jetzt mal meinen an. Und dann machst du mal deinen an. Dann gucken wir mal, wen wir noch hören. Wow. Deiner ist jetzt im Kaltstart. Ja, der fällt gleich runter. Ja, Mann. Natürlich ein bisschen fies, ne? Wenn meiner da gerade... Also, ist der an? Hast du deinen an? Ja? Aber jetzt kommt er runter. Moment. Aber exakt gleich laut. Jetzt. Wobei, aber im V10 finde ich schon heißer, oder? Das ist... Ja, V10 ist natürlich ein sehr geiler Sound. Kann man deinen auch ein bisschen... Geht das? Oder dreht der da ab? Der macht, glaube ich, nur zweieinhalb oder so, ne? Ne, jetzt ist es noch warm. Warte mal. Ja, ja, kannst du ja machen. Versuchen wir mal. Achtung. Das ist halt Turbomotor. Ja, aber eben... Schön. Kannst du dich noch an den Lamborghini Aventador erinnern? Ja. Der war Porno. Das ist jetzt leise dagegen. Das kostet zwar genauso viel, aber hast die halt noch nicht. Es war halt zu viel Spaß. Genau. Oder? Ich meine, der Aventador war ähnlich, ne? Vom Preis damals. Nein, der Aventador war wesentlich teurer. Der war noch mal 150.000 teurer. Ja, nochmal. Naja, was sind denn da noch mal 150? Ist doch gar nichts mehr, Adam. Halt was anderes, ne? Das ist ein anderer Sound. Das ist ganz anders. Dann würde ich sagen, auf ins Gefecht. Schauen wir mal. Der Flügel ist montiert. Schauen wir mal, ob es erinnert. Der Luftdruck ist auch da. Schauen wir mal. Jetzt schon im ersten Versuch 549. Versuchen wir es nochmal. Das ist schon im ersten Versuch 549, schon mal besser. Schon mal schneller, krass. Das ist ja ein Drehzahlbegrenzer. Wir haben Zeit verloren. Trotzdem der 550. Ja. Trotzdem der 550. Ja. Wahnsinn. Und da sind die Männersen wieder. Hast du was gespürt? Und jetzt gleich mal 2 Zehntel schneller. 5,23. Ja, der hat sowieso ein bisschen Probleme mit der Traktion gehabt. Wetter war nicht unbedingt ideal. Und dann mit ein paar Kilo mehr auf der Hinterachse. Why not? Hast weniger Schlupf gehabt. Besseren Anpressdruck. Und schon ging es. Ich meine, 2 Zehntel sind schon 4. Ja, das ist auf jeden Fall einiges. Ja, ist auch cool. Also ich würde mal sagen, in erster Linie geht es hier natürlich ein bisschen um die Optik. Aber wir haben es nicht für schlimm schlechter, sondern im Gegenteil. Wir haben es definitiv noch cooler gemacht. Also nicht nur optisch, sondern performance-technisch noch. Ja, dann würde ich sagen, Adam, lass mal drauf, oder? Oder müssen wir wieder runterreisen? Nein, schaut ja sensationell aus. Auch im Rückspiegel, wenn du schaust, macht das ein tolles Bild. Vor allem, das ist ja doch das Geile daran, einfach mit dem 3M-Krebeband schnell hingepappt. Theoretisch in der Garage. Und übernächste Woche, wenn du die Karre zum Leasing zurückgibst, kannst du es einfach wieder wegmachen. Oder weiterverkaufst und derjenige das Original haben will oder was auch immer. Das ist ja gerade bei den Boliden immer so eine Sache. Schaut schick aus. Gefällt mir. Adam hat mich gefreut. Dominik, fahr die Karre nicht kaputt. Bis zum nächsten Mal. Der Adam versorgt uns immer mit ein paar sportiven Dingern. Und, ja, dann würde ich sagen, noch einen kurzen Kamerawalk und dann haben wir es für heute. Kanal abonnieren. Bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020